Musik Hallo! Wenn ich dürfte, würde ich jetzt leise quietschen, weil ich mich so freue, dass ich wieder ein Video für euch drehen kann und dass ihr uns wieder sehen und schreiben und so weiter. Hi! Vorsicht, Vorsicht! Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war letzte Woche krank. Ich hatte eine böse Kehlkopfentzündung und ja, deswegen gab es nicht ein Video von mir und es tut mir sehr leid. Aber es ging wirklich nicht. Ich habe echt flach gelegen. Ich hätte wahrscheinlich noch länger flach gelegen, wenn ich nicht so gute Pflege gehabt hätte. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben Momos riesen Care-Paket gesehen. Die Frau hat einen Oberknall, was die mir alles eingepackt hat, um gesund zu werden. Es hat sehr geholfen. Und mein Liebster hat sich auch sehr, sehr lieb um mich gekümmert und hat alles gemacht, damit es mir wieder gut geht. Und es hat geklappt. Ich bin noch nicht ganz wieder fit, von daher wird das Video wahrscheinlich heute auch noch nicht allzu lang, weil ich einfach noch so ein bisschen auf meine Stimme aufpassen muss. Aber soweit, dass ich ein Video machen kann und das freut mich sehr. Und yay! Obwohl es letzte Woche nicht ein Video gab, hat der Großteil von euch weiter die Springfield Challenge durchgezogen und dafür mal ein Riesenlob. Ihr seid so super. Das war so toll. Ich habe zwar wie eine volle Socke auf der Couch gelegen und geschlafen, größtenteils. Aber der Großteil von euch hat Sport gemacht, hat sich gut ernährt. Das war super toll. Ich habe mich so gefreut über eure Updates und yeah! Springfield Challenge! Ich freue mich so sehr, dass wir als so kleine Gruppe hier auf YouTube sowas gemeinsam angehen und uns irgendwie gegenseitig unterstützen. Und obwohl kein Video von mir kam, habe ich auch gehört, dass ihr untereinander euch geschrieben habt und euch gegenseitig motiviert habt und eure Fragen beantwortet habt. Und das ist super, super toll. Und ich bin sehr, sehr froh. Und ja, wie kann man da nicht glücklich sein? Mann, ihr seid echt, ihr seid ziemlich toll so. Ein bisschen ärgerlich ist es schon, dass ich eine Woche ausgefallen bin, weil Momo und ich ja für euch noch was geplant haben Ende März. Und das wird jetzt so knapp, weil es einfach mal eine ganze Woche verloren gegangen ist. Und wir tun unser Bestes, dass am 31. März eine kleine Überraschung für euch online geht. Aber ich kann es nicht versprechen. Wir tun wirklich unser Bestes. Und so wie die Planung jetzt ist, wird es auch klappen. Aber man weiß nie, was kommt. Vielleicht wird Momo noch krank. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einen Rückfall. Ich wollte euch nur vorwarnen, dass es sein kann, dass wir es nicht pünktlich schaffen. Definitiv wird es was geben. Aber ob das zum 31. März ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir geben uns Mühe. Warum boxe ich die Kamera? Was hat das? Also Hut ab, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Und ich würde sagen, so können wir jetzt motiviert in die letzte Woche der Springfield Challenge gehen. Denn eine haben wir noch. Und es gibt noch eine Sache, die wir gemeinsam angehen könnten. Und los geht's! Der letzte Punkt, den wir angehen wollen auf dem Weg zu einem etwas gesünderen Lebensstil, ist, mehr zu trinken. Und damit meine ich irgendwas zwischen 1,5 Liter mindestens pro Tag und 3 Liter höchstens pro Tag. Also irgendwas dazwischen. Ihr kennt das alte BlaBla. Immer wenn jemand einem erzählt, man muss viel trinken, kommt der alte Spruch, der menschliche Körper besteht zu 70% aus Wasser. Das wissen wir inzwischen alle. Das heißt, es ist nicht so abwegig, dem Körper auch regelmäßig wieder Wasser zuzuführen. Denn man verliert durch Schweiß und durch gewisse andere Dinge eben sehr, sehr viel Wasser über den Tag. Und das sollte man dem Körper wieder zufügen. Und es gibt sehr, sehr viele positive Nebeneffekte für den Körper, weil man wirklich mehr trinkt, als der Körper tatsächlich dringend zum Überleben braucht. Der erste Punkt ist natürlich, dass es wunderbar den Stoffwechsel anregt und wunderbar für die Verdauung ist. Wenn ihr, wie ich, so ein bisschen mit dem Magen- oder Darmprobleme habt regelmäßig, viel trinken hilft wirklich, weil einfach alles durchgespült wird. Es ist wie die Putzfrau, die einmal durch den Körper marschiert. Außerdem ist das Ganze wunderbar für die Haare, für die Haut. Und es gibt sogar Studien, die sagen, dass das Denkvermögen damit angeregt wird. Das heißt, man kann sich besser konzentrieren. Das Gehirn ist wahrscheinlich irgendwie besser durchflutet, durchblutet, wie auch immer. Auf jeden Fall funktioniert das alles irgendwie besser. Und ja, ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Auch Menschen mit unreiner Haut, die angefangen haben, viel mehr zu trinken, aus meinem bekannten Freundeskreis, haben mir immer wieder bestätigt, dass das sehr, sehr gut für die Haut ist und dass sie weniger Unreinheiten haben. Also vielleicht auch ein Argument für viel trinken. Ihr könnt ja mal im Internet recherchieren, was viel trinken für positive Nebeneffekte für den Körper haben kann. Da findet ihr eine Menge. Da muss man sich erstmal durchkämpfen. Aber so die groben Sachen habe ich euch gesagt. Ich habe so einige Nachrichten bekommen von Leuten, die letztes Jahr bei der Springfield Challenge 2013 mitgemacht haben. und die da angefangen haben, mehr Trinken irgendwie in den Alltag zu integrieren. Einfach indem sie sich eine Flasche Wasser mit in die Tasche gesteckt haben oder die auf den Tisch gestellt haben oder sich in mein Wasserglas hingestellt haben, wenn sie angefangen haben zu lernen. Sowas alles. Und die das bis heute durchziehen. Ihr seid super. Das ist so toll. Und das beweist mal wieder, dass man Dinge, die man in den Alltag integriert kriegt, durchziehen kann, ohne dass es dann immer wieder die Überwindung ist und viel trinken. Und sobald man das einmal in den Alltag integriert und einfach sich kleine Rituale schafft, ist es so, so leicht. Und ich bin so stolz auf euch, dass ihr es bis heute durchzieht. Und ich mache das übrigens auch. Check! Das ist doch mal ein Erfolgserlebnis. Das freut mich sehr. Und vielleicht kriegen wir dieses Jahr auch wieder ein paar Leute dazu, viel trinken zu einer gesunden Gewohnheit zu machen, sozusagen. Mit viel trinken meine ich natürlich keine Cola, keine Brause, kein Saft, sondern wirklich Wasser oder Tee oder vielleicht auch mal eine Schorle. Und versucht, wenn es euch generell sehr schwer fällt, viel Wasser zu trinken, versucht es mal mit stillem Wasser, weil man davon wirklich entspannter mehr in den Bauch kriegt, ohne dass man sich irgendwie aufgebläht fühlt durch die ganze Kohlensäure. Wenn ihr keine Lust habt, tausend Flaschen immerzu durch die Gegend zu schleppen, weil wenn man sich mal überlegt, man soll ungefähr drei Liter pro Tag trinken, das sind zwei große Wasserflaschen, wenn man dann überlegt, dass man das auch alles wieder wegbringen muss und das Pfandgedöns und den ganzen Käse. Wenn ihr euch das sparen wollt, wie ich das seit Jahren tue, empfehle ich euch definitiv so einen Wasserfilter. Meiner ist jetzt von Britta. Es gibt aber auch wirklich günstigere Versionen von DM, gibt es eine. Es gibt den Ma... Ma... Es gibt auf jeden Fall noch andere Marken. Das ist einfach nur ein Filter, wo ihr euer Wasser durchlaufen lassen könnt, euer Leitungswasser, wenn ihr in einer Region lebt, wo euer Leitungswasser jetzt nicht so super ist. Tendenziell kann man jedes Leitungswasser trinken, aber manchmal hat man eben das Gefühl, man möchte das nicht so trinken, wie es aus der Leitung kommt. Ich zumindest. Vielleicht bin ich da auch komisch. Dieser Wasserfilter funktioniert ganz einfach. Ihr habt hier oben eine Öffnung, da tut euer Leitungswasser rein, dann läuft das durch diese Form hier und hier unten ist der Filter drin. Und der filtert euer Wasser und was rauskommt, ist gefiltertes Wasser, wo kein Kalk mehr drin ist, wo bestimmte Stoffe rausgefiltert sind. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Erfindung und spart einem viel Geschleppe und viel Umgetausche und viel Ärger und definitiv eine Investition, die sich lohnt, weil so ein Ding halt wirklich ewig... Ein weiterer Tipp ist, definitiv, wenn es euch schwerfällt, viel Wasser zu trinken, probiert es mal mit dem Strohhalm. Aus irgendeinem Grund habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr viel leichter ist, viel Wasser durch den Strohhalm zu trinken. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Irgendwie ist es so und es macht es wirklich leichter. Andere sagen, es hilft ihnen, aus der Flasche zu trinken. Das kann ich auch nachvollziehen, das funktioniert bei mir auch. Probiert einfach mal ein bisschen rum, was für euch funktioniert. Ihr findet definitiv was, was für euch funktioniert. Wenn ihr generell Lust habt, mehr zu trinken, aber ihr sagt, boah, Wassertrinken geht gar nicht, ich brauche ein bisschen Geschmack, probiert mal euer Wasser aufzupimpen mit ein bisschen Tee. Ich mache mir jeden Abend so eine Kanne Tee, einfach oder, ja, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, und das ist ja Aufguss, was ich benutze, kein Tee. Und ich mag zum Beispiel wahnsinnig gern von Tee Kanadien Herzkirschen-Tee. Der riecht so toll, der ist so angenehm. Ich kann nur nicht so viel Tee trinken. Ich weiß nicht, Wasser geht irgendwie besser und ich mische dann einfach immer ein bisschen Wasser mit Tee und gebe dem Ganzen dann so ein bisschen Geschmack und das ist super toll. Was ihr auch machen könnt, wenn euch das überhaupt nicht anspricht mit dem Tee, ihr schneidet einfach ein bisschen Gurke klein, tut das in euer Wasser oder ein bisschen Orange oder Zitrone, wundert, dass man so ein bisschen Geschmack reinkriegt. Das hilft meistens schon, wenn man einfach diese Brause- und Cola-Sache überwinden will. Und dann geht das Trinken plötzlich von ganz allein und ihr werdet sehen, was das für ein Körper plötzlich für tolle Auswirkungen hat und wie sich alles verändert und so weiter. Und ja, probiert es auf jeden Fall aus. Wenn ihr jetzt sagt, viel trinken fällt euch so leicht, das ist für euch überhaupt kein Problem, dann schreibt doch vielleicht mal den einen oder anderen Tipp oder Trick in die Kommentare, damit Leute, denen das schwerer fällt, einfach so ein bisschen Inspiration kriegen, was sie machen können, damit es ihnen auch leicht fällt und wir alle vielleicht an den gleichen Punkt kommen. Wenn es euch sehr, sehr schwer fällt und in meinem Video war jetzt kein einziger Tipp, der euch weiterhilft, dann schreibt mal euer Problem mit dem viel trinken einfach in die Kommentare und wir versuchen uns so ein bisschen gegenseitig zu helfen. Mehr Köpfe wissen mehr als einer. Ich bin nicht allwissend, aber gemeinsam können wir allwissend sein. Weltherrschaft. So, das war es auch schon von mir. Ich bin jetzt irgendwie so seltsam überlichtet. Ich kriege das hier nicht gebacken mit dem Licht und dem Fenster und was weiß ich. Wir gehen in die letzte Woche. Ich drücke euch die Daumen, dass alles wunderbar klappt und dass es funktioniert. Wenn nicht, schreibt mir, wie gesagt, wir kriegen das alles gemeinsam hin. Und ja, am Mittwoch gibt es das nächste Video. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche. Passt gut auf euch auf und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Mittwoch. Bis dann, tschüss. Unheimlich viel getrunken. Getrunken. Gekümmert. Der hat wirklich die Krankenschwester in männlich gespielt. Mehr trinken in den Alltag. Und uns mal der letzten Sache widmen, die man sich so... Die man sich was? Ha? Was? Was? Boah, ich sehe aus wie ein Zombie. Ich habe integriert, 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 integriert. Besondere Leben. Meine Batterie ist alle. Das sind noch die Restmedikamente in mir. Dafür kann ich nichts. Das ist eine gute Entschuldigung, oder? Ich habe noch ein Antibiotikum in mir. Macht Antibiotikum eigentlich heil? K-Kopfentzündung ist für mich so das mieseste auf der Welt, weil ich dann echt mal die Klappe halten muss. Das fällt mir so schwer. Verdammt? So, ja. Das ist jetzt.